Holt er jetzt ins Abo. MySports, das ist Hocker. Den Flügelstürmer an der linken Position. Die Zuger von rechts nach links in den traditionellen weissen Tick. Genie, Wingerli und Kovac. Zeritz dazwischen und die Scheibe ist drin. Denn Lapinskis lenkt die Scheibe ab, tübiert sie mit seinem... Und die nächste Möglichkeit, Pascal Berger kommt hier. Hoffmann läuft in Position. Und Michaelis ist da und die Scheibe ist drin. Denn der Ausgleich war überfällig. Hat sich abge... Herzog läuft in Position. Und dann mit dem Nachschuss. Bezwinkt. Bengtsson mit einem Hammer zum 2 zu 1. Seht das die Szene? Herzog im Vorchecking erfolgreich gegen Savi Erwi. Savi Erwi hat die Scheibe hier verloren. Und Bengtsson steht dann völlig frei. Die kann sich die Ecke nachziehen. Manalanen und Pfosten steht. Sarila. 5 Sekunden. Nach 20 Sekunden dauert die Strafe gegen Leuenberger. Und Hollenstein! Und die Scheibe ist... In den... In den... In den... Ja. Zuerst der Bogen. Jetzt ist Fang, Info. Und jetzt kommt Schneger. So. No go. Der Treffer gilt nichts. Und es wird natürlich zu Protesten kommen. Ricola. Und der Abschluss von Petrini. Nach Schuss. Und das Tor aus der... Amil wartet, bis der Mitspieler teist. Hansson hat nach vorne geprescht. Und auf der Gegenseite... Sarila setzt den Schlusspunkt. Es passt zu diesem Langlauer Abend. Sarila, der heute seinen Vertrag... Um ein weiteres Jahr für einen grossen Julian Schmutz. Mit dem Zuspiel. Dann ist es Sarila. Mit dem neunten Saison-Tor. Unglücklich für einmal auch Luca Hollenstein. Und damit ist Sarila Doppeltorschütze. Holt ihr jetzt das Abo. MySports, das ist Hocker.